Es ist natürlich ein schönes Gefühl für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Jedes Kind träumt davon, mit der A-Nationalmannschaft zu spielen. Der Traum ist in Erfüllung gegangen und wir haben das Spiel heute noch gewonnen. Zu Null noch vor allen Dingen. Wir können auf jeden Fall so weiterspielen und dann werden wir auch weitere Siege einfahren. Das tut sehr gut. Gibt, glaube ich, der ganzen Mannschaft ein gutes Gefühl. Zum Ende mussten wir sehr fighten, weil wir die Führung nicht ausgebaut haben. Deshalb ein super Gefühl und jetzt gehen wir mit Selbstvertrauen in die nächsten beiden Spiele. Es waren anstrengende 90 Minuten, aber jeder hat sich bis zum Schluss reingehauen. Das ist das, was wir alle sehen wollen und brauchen. Dann gewinnst du die Spiele auch auf dem 1-0.